Was geht ab YouTube? Ich hab heute mal was gedacht und zwar gucken wir immer live im Stream diese live Verfolgungsjacken, wenn sie gerade live da sind. Heute will ich mir mal angucken, was so die letzten Jahre die krassesten Verfolgungsjacken waren. Ich schau mir jetzt mal alle verschiedenen an und guck mir an, wie die geendet sind, weil manche Sachen sind wirklich heftig. Boah, was sieht da? Oh, der ist schon sehr schnell. Oh, 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 oh. Scheiße. Ich hoffe, denen geht es allen gut, natürlich, ne? Junge, so Verfolgungsjagten sind so gefährlich. Warte mal, die ist auch vor einem Jahr gewesen. Er fährt in der Sackgasse, glaube ich. Ja, Sackgasse. Das war's. Safe in der Sackgasse. Ich glaube, jetzt realisiert er, dass er gefickt ist. Oh, wo fährt er? Was? Oh mein Gott. Er rennt weg. Wo rennt der hin? Ja, okay, aber wenn Heli hinter dir ist, dann bist du aber auch ruiniert. Und da wurde er gepackt, oder was? Ja, ja. Vorbei. Ja, ja, vorbei. Okay, warte mal, wir haben hier einen gesehen. Warte, guck mal, hier. Also mit einem LKW eine Verfolgungsjagd ist aber auch krank. Mit einem verfickten LKW. Warte mal, ist hinten offen? Ne. Oh, 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 oh. Aber was hat der... Also wie soll man denn mit einem LKW wegkommen? Du bist langsam, man sieht dich überall. Also unpraktischer geht's nicht. Oh, 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 oh. Ei, 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 ei. Interessiert ihn gar nicht. Alter. Guck mal, warte mal. Hier war er. Hier war ein... Oh mein Gott. Guck mal, hier waren schon eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Cop-Autos da. Zehn Stück. Ach du Scheiße. Ja, ja, das war's. Ja, ja. Und er fährt einfach weiter auf den Spann. Oh, da qualmt's. Alter. Ich glaub, das ist ein Reifen ist platt, ne? Ich glaub, das ist ein Reifen ist platt. Oh, 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 oh. Jetzt hat er keine Kontrolle mehr. Ich glaub, jetzt war's das. Oh, 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 oh. Alter. Alter. Ey, die kenn ich gar nicht. Die Verfolgungsjagd. Er fährt immer noch weiter. Das ist verrückt. Also der... Oh, oh mein Gott. Ey, er hat ja keine... Hat ja keine Angst, dass er ab... Also... Angeschossen wird? Never give up. Also hier ist wirklich Never give up. Aber was war denn seine Mission? Oh mein Gott. Was macht er? Soweit ich mich recht erinnere, haben wir die sogar live gesehen. War das die, wo dieser Hund dann reingekommen ist? Der ist nicht ausgestiegen. Ja, er ist nicht ausgestiegen. Und dann hat er so ein 1 gegen 1 gegen diesen Hund gehabt. Hier, hier, hier. Genau, guck. Guck mal, er kämpft da mit diesem Hund. Guck mal, guck mal, guck mal. Guck mal, guck mal, guck mal, er kämpft. Ist das krank. Der hat nicht aufgegeben. Der ist die ganze Zeit da drin geblieben. Über 10 Minuten. Oder wie viel war das? Ja, fast 10 Minuten. Alter. Also der Bruder, bei dem ist wirklich... Hat er sein Bein gebrochen? Also das ist... Mit einem LKW ist Heavy. Boah, was ist das denn? Oh mein Gott. Einfach, oh mein Gott. Junge, hä? Wie kann man so weiterfahren? Alter, ey, wie kann man denn bitte so fahren? Erklärt mir das mal bitte. Also du musst wirklich auf kranken Substanzen sein, wenn du so fährst. Digga. Hä? Also scheiß mal darauf, dass der noch fährt. Wie kann das Ding überhaupt noch fahren? Das ist von vorne bis hinten demoliert. Okay, so... Ach du Scheiße. Ach du Kacke. Ach du Scheiße. Ey, die komplette linke Hälfte fehlt. Wow, wow. So viele close calls. Eastbound on victory. Editor, wenn Kevin am Steuer gewesen wäre, bei dem Überfall. Ernst. Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Und es juckt ihn nicht, er fährt weiter. Ey, das ist so krank. Dahin ist ein Hund. Was? Oh mein Gott. Komm mal, sein Hund. Komm mal, sein Hund. Rät die noch... Ey, was passiert da? Arme Hund, Mann. Ja, besser ist es. Ey, dieser Hund, aber wie loyal ist dieser Hund bitte? Ah, die hier war... Alter. Also, in the history. Von allen Verfolgungsjagden war das die krasseste Verfolgungsjagd der Welt. Ich zeige euch nochmal, was da passiert ist. Das war die krasseste Verfolgungsjagd überhaupt. Also, er hat dieses Auto hier. Dann steigt er von dieser Karre aus. Und dann klaut er sich das Auto hier. Kriegt es geknackt. Polizei ist schon direkt hinter ihm. Und jetzt in dieser Situation denkt man sich, okay, schon vorbei. Geht gar nicht. Kommst du nicht raus. GG. Well played. GG in den Chat. Das war's. Was macht er? Er fährt vor. Polizei auch dumm wie Scheiße. Fährt die ganze Zeit vor zurück. Kommt da raus. Und fährt raus. Es kommen noch mehr Polizisten. Er fährt um die herum. Juckt ihn komplett gar nicht. Zieht noch einen Drift. Für die Aura. Fährt dann die ganze Zeit mit der Karre. Guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Jetzt kommen wir in eine Situation, was krank ist. Er ist die ganze Zeit ohne Reifen hier gefahren. Dann war er hier hardstuck. Hier war er hardstuck. Guck mal, er denkt sich, ey, scheiße. Hinter mir ist Polizei. Hier unten rechts Reifen kaputt. Ich kann nicht mehr weiterfahren. Weiß nicht, was er machen soll. Von der linken Seite, wenn er rauskommt, ist da ein Polizist. Er analysiert die Situation und kommt zum Entschluss. Guckt es euch an, meine lieben Freunde. Dass er nicht von hier, weil da der Polizist ist, aussteigt. Sondern von hier rechts von der Scheibe. Guck, 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 guck. Rutschliss. Es fängt an zu rauchen. Jetzt sieht man, er steigt einfach von... Guck mal, hier sind ja die Polizisten. Aber hier macht... Von rechts macht keiner zu. Er steigt von hier aus. Von seinem Fenster aus. Rennt... Rennt in irgendeine Gasse rein. Ihr müsst jetzt wissen. Der ist jetzt zweimal... Also zwei verschiedene Autos. Zweimal ausgestiegen. Also Realtalk, der hat mal höher gespielt. Rennt, 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 rennt. Kommt in irgendeine Gasse rein. Hier. Bricht einfach irgendwo ein. Jetzt ist er in irgendeinem Haus drin auf einmal. Versucht da reinzukommen. Er bricht in ein Haus ein. Hat Stress mit Hunden. Guck mal, jetzt kommt er nach vorne raus. Hat Autoschlüsse geklaut. Hat Autoschlüsse geklaut. Jetzt will er kämpfen gegen die. Oder so. Keine Ahnung, was da passiert. Er steigt in das Auto ein. Oh mein Gott. Guck mal, guck mal, guck mal. Einfach Auto geklaut. Oh mein Gott. Auf jeden Fall ist er dann mit diesem Auto noch über eine Stunde unterwegs gewesen. Da ist er schon, da hat er ja schon einen Platten. Und jetzt guckt das. Boah, Alter. Alter, alter, alter. Er fährt trotzdem weiter, weil, guck mal, guck mal, sein Licht, guck mal, sein Licht. Guck mal, seine Felge. Polizei hittet ihn auch nochmal von hinten. Richtig dumm. So. Und dann in die Tankstelle rein. Boah. Guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Und nicht mal da hat er aufgegeben. Nicht mal da hat er aufgegeben. Er hat wie ein Löwe bis zum letzten Moment gekämpft. Das ist wirklich so eine kranke Verfolgungstag gewesen. Und das kranke war Plotriss des Jahres. Der ist ausgestiegen. Und der Motherfucker ist die ganze Zeit in Latschen gefahren. So ist er gefahren, in Latschen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst ein Like, lasst ein Abo da. Und, äh, ja. Folgt diesen Kanal. Ey. Ey.